Diese fünf Fragen solltest du dir stellen, bevor du dir das nächste Kleidungsstück kommst. Hey Leute, was geht ab? Wir hoffen, das geht euch gut. Wir kennen das alle, unsere Augen haben mal wieder was Geiles zum Anziehen gespottet, aber jetzt kommt dieser fucking Entscheidungsprozess. Kauf ich's mir? Kauf ich's mir nicht? Brauch ich's? Brauch ich's nicht? Die liebt mich? Sie liebt mich nicht? Ja, nein, vielleicht. Auf jeden Fall knallen wir dir jetzt mal fünf Fragen an den Kopf, die dir dabei helfen sollen zu entscheiden, kauf ich das Ding jetzt oder lass ich's vielleicht doch lieber hängen. Brauchst du das Teil wirklich? Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Fragen, die ihr euch stellen solltet, wenn ihr euren Kleiderkonsum bewusst reduzieren möchtet. In den meisten Fällen ist es doch so, das Teil sieht gut aus und ist zudem auch noch günstig. Und diese sind meist die ausschlaggebenden Gründe dafür, die Teile, ohne darüber nachzudenken, einfach zu kaufen. Am Ende liegt es dann unbenutzt im Schrank. Um das zu vermeiden, macht euch bewusst Gedanken darüber, ob ihr das Teil wirklich braucht, also regelmäßig anzieht und dementsprechend auch wirklich wertschätzt. Mit wie vielen Sachen kannst du es kombinieren? Kannst du daraus zwei, zehn oder sogar vielleicht zwanzig Outfits machen? Liegt es vielleicht in Zukunft nur im Schrank, weil du es nur mit einer Hose kombinieren willst? Oder kannst du es vielleicht mit allem anziehen? Auch das kann in der Entscheidungsfindung auf jeden Fall helfen und für euch womöglich sogar ausschlaggebend sein. Kannst du dir es vielleicht ausleihen? Das ist natürlich auch eine wichtige Frage, beziehungsweise ein gutes Thema, um den Konsum zu reduzieren. Einfach mal in deinem Umfeld umhören, bei deinen besten Freunden anklopfen, vielleicht hat ja jemand einen Teil im selben Stil. Ja, vielleicht soll die, oder? Ja, vielleicht. Einfach mal umhören. Einfach mal umhören. Ja. Vielleicht kannst du dir es für eine gewisse Zeit oder für ein ganz bestimmtes Event einfach ausleihen oder ihr tauscht einfach zwei Teile. Und meine Lieben, bei 500 Facebook-Freunden wird da bestimmt jemand dabei sein. Du hast nur 500 Facebook-Freunde, oder was? Mittlerweile, ohne Spaß, ich habe letzte Woche eine Meldung bekommen, 600. Mit denen bist du auch richtig eng befreundet, oder? Richtig dicke. Mit jedem Einzelnen. Also du bist schon on top. Okay. Aber die 599 komme ich schon ziemlich danach. Perfekt. Können wir weitermachen? Ja. Ist die Qualität gut? Das ist für Laien wahrscheinlich mit eine der schwierigsten Fragen, denn wie zur Hölle soll ich denn bitte erkennen, ob das Teil jetzt nach dem dritten Waschgang auf einmal den fucking Geist aufgibt? Aber auch hier könnt ihr euch online über die Materialien informieren. Ihr könnt euch die Nähte anschauen, ob die gut verarbeitet wurden und ihr könnt euch den Fadenlauf des Teils anschauen. Denn wenn der nicht vertikal oder horizontal zu den Nähten verläuft, könnte es sein, dass beim nächsten Waschgang das Teil sich verzieht. Wenn du also weißt, du brauchst das Teil wirklich, du kannst es mit vielen Sachen kombinieren, die Qualität ist gut, dann solltest du dir noch die Frage stellen, ob das Teil deinen ethischen Werten entsprechend hergestellt wurde. Aus eigener Erfahrung kann ich euch auf jeden Fall sagen, das macht sehr viel aus. Ich bin im Allgemeinen viel glücklicher mit meinen Klamotten, wenn ich weiß, wie und wo sie gefertigt wurden. Es lohnt sich also echt, sich auch mal mit der ethischen Seite auseinanderzusetzen. Meine Lieben, im Endeffekt geht es einfach darum, dass man sich bei der nächsten Shoppingtour einfach ein wenig mehr bewusst macht, was man kauft und verhindert, dass man einfach blind ins Regal greift. In diesem Sinne, Leute, bis zu unserem nächsten Video. Habt euch lieb. Ciao. 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 Vielen Dank.